hallo meine freunde willkommen zu der sechsten folge mittlerweile von mein death nachdem finn letzte folge er mal nicht gestorben ist ja wenn ihr es noch nicht gesehen habt dann schaut bei ihm vorbei schaut bei mir vorbei link oben in der abschreibung und jetzt respawn ich erstmal muss ich erstmal respawn respawn und wir haben ja betten das heißt ich bin direkt wieder bei uns und wir haben ja zwei dicke eisenblöcke die ich erstmal wieder zu hauen kann für neue eisenrüstung weil wir haben nicht mehr so viel direkt in der schlucht bei uns da wieder da aber die sachen sind glaube ich die sind schon wieder die sport habe ich glaube schon der screen gesehen ich bin mal irgendwo wo bin ich denn bitteschön hat so haben wir noch irgendwo stick ist noch ein bisschen ganz ehrlich was macht dich denn so blöd ich bin irgendwo runtergefallen okay angegriffen wir haben leider noch gar keine diamanten das unproduktivste team ja ich weiß wir haben anboss ernsthaft alter das eisen hätte ich jetzt gebraucht ich habe nicht mal das ja wir haben ein anboss ein anboss ich will muss ich muss jetzt erstmal auf die suche gehen nach ich bin echt zu dumm zum scheißen so heißen muss ich mit durch mitnehmen auf jeden fall aber wir wollten ja uns auch noch ein eisengole machen ja stimmt unser eisengole also das wäre mega cool im kampf ein eisengole dabei zu haben so höhle dir zeige es zack hier runter gesprungen zack easy alter das sind zwei creeper ich habe 44 eisen sollte für das erste reichen ok creeper sind gefährlich sehr sehr gefährlich so kein damage bekommen ist doch alles herausragend hier ist stark wieder kurz wasser gesetzt wieder hier hoch geschwommen und jetzt wollte ich euch mal kurz meine stelle zeigen wo ich gestorben bin das müsste wo war das ich weiß es nicht mehr ich glaube hier direkt hier bin ich drauf gefallen hier wollte ich noch energy water machen ich hatte gerade mal wasser einmal dann wollte ich hier setzen und bin aber hier schon auf die kante gekommen man finden alles wird das war so ein dummer tod na denn das ist der bruder oder ein verwandter von also grüß an denen so schnell konnte ich mich gar nicht münden hey auch nein ich wurde vergiftet hexe ich mal was zu essen ich lächerlich du darfst jetzt jetzt darfst du wirklich nicht sterben nein nein creeper ich habe auch kein essen ich muss mich jetzt erst mal auf die suche begeben davon ist ein paar schafe hier bin ich reingefallen leute genau hier ich habe ein halbes herz ich weiß es noch nicht echt wo bist du wo bist du dich ein ich brauchst du schaft da vorne da ist ein skelett nein bau dich ein ich baue mich auf jeden fall hier schubelkerns wochen natürlich auch ich gehe gerade schafe aber eins muss ich auch ich kann jetzt schon nicht mehr sprinten alter wir sind richtig bad ausgerüstet weil wir einfach dumm sind nein wir sind nicht dumm ich hatte ich hatte eigentlich richtig viel essen nein das gebringte abhäusen stimmt ich bin so dumme jungen probiert zu regnen alter oh fuck hier ist ein enderman bei uns drin zwei stück direkt musst du töten ja easy alter erst mal was in den ofen tun oder ist da ist ja noch was drin ist sagt mir bitte eine kotze dann komme ich zu dir und bringe was zu essen krass ich habe rosen gefunden für dich warte mal das lieb ja ich habe mich lieber ein ich habe zwei herzen ja baue dich ein und sagt mir die kotze dann komme ich die kotze mein kotze sagen nein also meine kornaten sind 22 und 264 212 264 ja genau mein lieber dann nehme ich noch eine pilzsuppe mit und dann wird es witzes nein hör auf finde ich sterbe ich sterbe ja meine korn ich habe ich habe es gesagt finn 212 200 irgendwas 212 an so einem fluss ist das warum hab ich mich auch rauskriegt ich wollte in den ofen setzen alter 212 200 irgendwas ich werde gar mal in der aufnahmen abgeben ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube in die richtige richtung leute ist das ärgerlich ist das ärgerlich ich schaffe mal eben auf ich habe zuckerrohr gewonnen ok für die koordinaten sind 212 und 264 212 264 muss nur die richtige richtung laufen da geht es auch schnell das ist schon wieder weg das riecht lächerlich für 200 was 212 264 212 ich bin schon bei 12 und 264 in der richtung muss ich manchen ich ja ich sehe es ich hoffe du nicht videos von anderen leuten im projekt nicht viel aber ein bisschen was ich habe keine ahnung wie lange angekürzt sind und so würde ich auch nicht ich habe echt ich glaube noch was ein bolt es sind als wir als ich und ich habe alles wichtig immer tut stimmt stimmt und da kann ich das ist richtig lächerlich die war das gar nicht bewusst ich habe vergessen dass wir gar nicht mehr in der schutzzeit sind tja so ist das ja wenn du meine skills willst dann sag es mir ok ganz ehrlich Finn alt ihr habt neun level lächerlich come on ich habe aber leider keine chance ich weiß jetzt gar nicht was ich die folge noch machen soll ja farm geh farm geh farm farm ich weiß nicht wo ich fahren soll und in der erde boah echt ja ich schau mal ist doch richtig lächerlich alter ich weiß dass das richtig lächerlich ist ich weiß zwar nicht warum du das gemacht hast warum hast du dich nicht eingespaut ich habe mich eingebaut und dann wollte ich mich raus bauen um ganz kurz in den Ofen zu setzen und dann wir einen größeren Käfig dazu haben ja hat aber noch gar nicht geklappt alter und der zombie hat dich one hit tot gemacht oder was nein ich war nicht auf Herz oder so zwei Hits und ich habe einmal weggeschlagen und es ist mir direkt wiedergekommen oh geilo ja das war richtig schlecht von mir Finn muss schon sagen hier sind richtig schön viele Schafe die kill ich erstmal zack schreib mir halt die Konfit dass du gestorben bist ja mach ich gleich schreib mich hast du gehört? ja 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 dann kam es bei dir an der Aufnahme auch nochmal aber ich habe ja meins ich schneide mir sowieso raus mach dir die Tür nicht aus hab ich nicht gehört zweimal nicht ja zweimal nicht warum lachst du mich so frech an? lache ich dich an? ich glaube das muss ich rausschneiden alter ja schneid es mal bitte raus oder piepst es raus oder was weiß ich ja piepsen alter als ob ich das jetzt einzeln da rausschnibbel bin ich denn total behindert ja dann mute halt die Tonspur oder so alter ich habe ich weiß nicht was ich tun soll echt nicht ja geh halt farm finden ja ich muss jetzt erstmal eine Höhle finden ich habe jetzt richtig viel Eisen das bringt mir jetzt auch nichts mehr jetzt kann ich mir einen Eisengolem machen ja was sagst du dazu? ja gönn dir einen Eisengolem ganz ehrlich ja ich brauche ja einen Mitstreiter oh Cravel das kann ich wegwerfen Blumen kann ich wegwerfen ich baue dir gleich noch ein Grab ich baue dir gleich noch ein Grab soweit ich das schaffe zeitlich oh das ist ja lieb hm oh dammit alter bin tot das war das absolut schlechteste was ich je gesehen habe ach ganz ehrlich Finn ganz ehrlich ähm ich wollte aber wenigstens mit dem Kampf raus gehen ja du hast es ja eigentlich schon mal verkackt ne hm kann ich auch nochmal bei Philosophie einschlagen nein natürlich nicht lieber Philosophie nicht so viel tot keiner schreibt einfach aus keinen juckt was juckt was so ich tot bin ne ich juckt ja auch auch keinen das wäre ich fast irgendwo runter gefallen läuft bei mir ja na dann hätte ich natürlich MLG Water gemacht ja klar klar das wäre das Finn ich mach immer MLG Water wenn ich irgendwo runter falle Leute ich hab's nämlich richtig drauf mit MLG Water naja der Finn habt ihr's gesehen easy MLG Water für gute MLG Water schaut bei Finn vorbei auf jeden Fall für die besten MLG Waters ja für die besten nicht irgendwelche ich find einfach auch keine Höhle ich will mich jetzt nicht einfach irgendwo runter buddeln Junge mach das doch einfach nein doch jetzt sind wir schon wieder 12 Minuten oh dammit man das ist so lächerlich jetzt kill ich tausende von Schafen was mir nix bringt hier wächst mega viel Zuckerrohr überall aber er bringt mir auch nichts im Prinzip brauche ich jetzt schon mega Lack um das noch irgendwie zu wenden hier das Blatt ach so doch erstmal richtig schön MLG Water verkackt schon eigentlich nicht tot ne nein na gut eigentlich sollte ich jetzt auch sterben oh man ich hab's echt auch geschafft in der letzten Folge in der Schutzzeit zu sterben ah da oben ist ne Höhle ich seh eine Finn ja ähm für jeden für jedes Team das du killst ohne gekillt zu werden ne ja was gibt's ähm kriegst du weiß ich nicht ne Überraschung oder so ok und was ist das für ne Überraschung das muss ich mir noch ausdenken ich möchte gar nichts gutes ein ok ok ist doch keine krasse Höhle aber ich buddel mich jetzt einfach nach unten solange ich noch Zeit hab hast du gleich nicht mehr ihr könnt mich ruhig snacken meine Koordinaten sind die hier ich nehm morgen das nächste Mal auf also ja willst du mal die Uhrzeit sagen oder ja die weiß ich leider oh ich bin in die Höhle gefallen Hilfe ja sag dann bescheid ich möchte dabei sein wenn du stirbst oh Gott hier sind 10.000 Milliarden Creeper oh jemand hat geschrieben man ich hab das Skype ich hab mich nicht auf beschäftigt gestellt ja ich mich schon schade ja 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 er war einfach zu dumm oh ne Witz was da los alter ist ja eine behinderte Höhle ja ganz ehrlich ich hab jetzt gedacht ich find hier krass Dias nochmal zum Schluss aber nein natürlich warum sollte ich denn mal Dias finden ich hab sogar 10 Pfeile alter ich rack sowieso alle easy ich hab auch keine Fackeln das ist ziemlich bad ach genau Finn was los das wir das ganze jetzt wegen dem Abo Special du hast halt 50 Abonnenten erreicht ich möchte jetzt eine offizielle Aussage dazu haben ach so ich erwarte dir da was das war echt so schlimm ja aber 50 Abonnenten ne da mach ich nichts ich mach nur zu Krummzahlen was für Krummzahlen? für sowas wie 69 weißt du sowas? weißt du sowas? zum Glück ist das fast gar nicht behindert alter was ist, was ist denn das hier? ich find, ich find nicht ich erwarte es auch was best du von dir Finn ok ich überleg mir was tolles ok? ja ok das wird das beste was du je gesehen hast ja ok gut lass mich überraschen ich bring's am Freitag wenn du es am Freitag bringst du? ach egal ja von mir aus ok ne 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 ich bring's am Donnerstag ja ok gut Donnerstag bring ich das Abo Special raus aber Finn kein hingehacktes Video ok? was? ein gutes Video ich mach nur gute Videos ja gut will ich mir ganz sicher gehen ne weil also ihr könnt auf jeden Fall viel erwarten von meinen Bearbeitungsskills und so da bin ich schon ganz weit mit oben Photoshop Skills over 9000 ja ja kennt doch schon Finn also Leute wisst Bescheid übermorgen also für euch soll das am Mittwoch sein ne? jetzt bin ich auch für 18 am Donnerstag dann müsst ihr easy bei Finn vorbeischauen ich muss jetzt die Aufnahme wählen Leute ja aber Link ist dann auch in der Videobeschreibung bei 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 dem Video ja Leute ich würd sagen das war's wenn's euch gefallen hat dann lasst einen Daumchen da für Pientastic und ihr ertränkt mich jetzt auch ich glaub ehrlich Leute es ist richtig lächerlich wie ich gestorben bin also bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss